Oh, Weintraum? Weintraum, gut. Wollen wir hier nochmal eben rasten? Oh Gott, flackert das Bild auch gerade bei euch so komisch? Das ist ja gruselig, da wird einem ja schlecht von. Beharrlichkeit, Explosion. Bis zum Morgen schlafen. Ja, ich habe gut geschlafen. Kleinen Moment. So. So. Kommen die da nicht rüber? Okay. Was zur Hölle? Alter. Oh Gott. Ergreifen von größeren Feinden im Kampf. Du kannst einen Gegner ergreifen, während du stehst, indem du ihn berührst, während du RT drückst. Sobald du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn stoßen oder heranziehen, um seine Aufmerksamkeit zu ziehen oder ihn außer Gleichgewicht zu bringen. Und schön auf den Arsch gehen hier. Oh Gott. Ah. Ich dachte, ich kriege ihn. Wow. So. Nice. Und ein Aufstieg. Nice. Hey, hey, Gamer-Chan. Äh. So weit? Ganz gut, würde ich sagen. Äh. Ich spiel gerade ein bisschen Dragon's Dogma, ich hab den ersten Teil mal vor Urzeiten gespielt und jetzt gebe ich mir den zweiten Teil. Und bis jetzt macht das echt Spaß, muss ich sagen. Und wie geht's dir? So. So. Stell deine Fragen, ob das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, du wirst gebannt. Hahaha. Das ist deine Entscheidung. Ich könnte jetzt gemeint sein und du machst hier ein Septum. Hahaha. Ähm. The road's blocked. The car can't get through this. So. Ah, damit's ein bisschen harmlos ist. Augenbrauen. Weiß ich nicht. Das sieht nicht cool aus. Äh. Ja, wie so fies. Das muss doch auch später auch ordentlich auch sein. Du sollst es ja auch länger tragen. Also. Ohrring, ja. Da. Ich glaub, ich würd aber, ähm. Hier so. Hier oder hier oben. Hier, Ring oder sowas. Oder hier. Irgendwie hier. Oder. Hier an der Seite. Also irgendwo in diesem Bereich. Wie nennt sich das? Ring. Am oberen. Ohr. Irgendwie sowas. Wieso wurde die Nachricht jetzt wegen Racism gesperrt? Ah. Wegen Jap. Ist ja krass. Hahaha. Oh Gott. Ist ja strange. Okay. Ja cool. Ja cool. So. Warte mal eben. Und. Du könntest dir natürlich auch ne Lochstanze holen. Und dir, ähm. Einen Tunnel machen. Ah. Ich weiß nicht, was industriell ist, aber gut. Was für ne Wette hast du denn verloren, wenn ich fragen darf? Oh, Stufe 8. Können wir das kaputt machen? Schau hier. Water ist verschwunden durch die Strache. Wow. Holy. Oh. Guck mal. Hier ist ne Explosionswachs. Das hätten wir nutzen können. Ey, du hast den Troll angegriffen. Silver. Nö, den brauche ich nicht. Oh, aber der Troll wurde weggeboostet. Holy shit. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Aber, das ist schon lustig. Aber ganz Berlin, der bohrst ja ewig und drei Tage. Willst du uns beitragen? Sehr gut. Aber für deine eigene Sache, ich empfehle, dass du... Okay. Äh, das... Ich wager, dass es hier einiges gibt. Lass uns ponder, wie es besser geht. Ich habe hier einiges geliebt. Äh, ja komm, ich würde doch mal treißen. Ja. Okay. Okay. Ist das gemein. Nein, aber voll geil. Das ist eine richtig coole Idee. Dann einfach WhatsApp-Status und dann ungefähr, ja, das ist nice. Hast du mal geguckt, wie viele Schritte du an dem Tag hattest? Ja. Ja, das ist eigentlich an sich immer cool. Du musst ja nicht unbedingt gewinnorientiert rangehen, sondern was ich an der Sache eher cool finde ist, du hast für dich nochmal eine eigene Dokumentation. Und vor allem, wenn du das dann zurechtschneidest, hast du ja nochmal, rufst du dir alles nochmal selbst wieder in den Geist rein? Das ist ganz cool, wenn man das dann auch noch zurechtschneidet. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Hey. Ja, erstmal heilen. Oh. Oh Gott. Wir werden hier ein bisschen chillen und Sachen erkunden. Oh, ich bin zu schwer mittlerweile. So. Gott, habe ich viele Sachen. Bescheidenes Lager. Wie weit sind wir, wow, sind wir weit gefahren. Okay. Was ist das denn? Kriege ich hier Harz oder was? Oh. Zimtbaum. Mhm. Das sieht schon nice aus. Aber wir müssen jetzt mal dringend eigentlich mal sowas finden wie eine Stadt zum Verkaufen. Dass die auch immer übertreiben muss. Yay. Da vorne sind schon wieder Goblins. Und noch andere Goblins. So. Goldene Sachen wieder. Der ist auch schnell drauf gegangen. Okay. Das war jetzt easy. So. Hello. So. Was ist das hier? Oh. Das ist ein Sohn. Was ist das hier? Oh. nice gezackte knochen na komm schieß sie runter hapien fehlern schmeißt hier einer mit aber wir sind doch schon vorbei gelaufen ja kommt dann machen wir die dann doch mal weg mh ok von da unten kommen wir ne aber da liegt schon wieder ein troll rum ok wow oh gott da unten könnten wir dann oh da sind Echsen ja ich wusste doch hier war doch rauch ja 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 so und damit erholen wir uns our adventure continues hm 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 ok hm 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 und Oh Gott Gibt es noch mehr hier? Oh ja Oh Wölfe Oh Gott Aber wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Stufe 9 Nice Kaira ist auch eine Stufe aufgestiegen das ist auch schön Ups So Hier unten war eine Hütte Obala Heidelbeeren Hallo Hallo Oh wir bist denn du? Oh Oh Nice Nappend Wir haben gerade Noppenlederstiefel Wir sind Wir sind Ich bin Ich bin Wir sind Wir sind der Da warst du nochmal wieder auf dem Server drauf. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott, die mit ihrem Flammenwerfer endauernd. Das war's für heute. Was ein Troll tönen kann, kann auch mich tönen. Ist das der richtige Weg? Was? Okay, den... Kira greift den an. Mm-mm... Oh. 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 Okay. Okay. Alter Schwede. Oh. Falsche aufgehoben. Oh. Falsche aufgehoben. Wow. Oh. 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 Krass. Haha. Haha. Wieso kann man keine... Oh. Oh. Alter, warum geht das nicht? Oh. Du hast einen Waste Barrel abgebaut. Oh. 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 Ja, ich weiß. Wird dich nur einfach wieder, sondern auch die maximale Gesundheit. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020